Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Ersmann. Das Team besteht ja aus unterschiedlichen Abteilungen. Wir machen ja oft Generalplanungsprojekte, wo die Fachplaner auch bei uns mit im Haus sitzen. Und schon in den frühen Phasen arbeiten wir alle eng zusammen und stimmen uns ab. Natürlich bestimmt die technische Gebäudeausrüstung, die Statik genauso einen Entwurf wie die architektonische Gestaltung. Mich persönlich beeindruckt die Vielzahl an unterschiedlichen Projekten. Man hat ständig neue Aufgaben, man hat neue Herausforderungen. Ob man eine Schule plant oder ein Stadion, das sind ja vollkommen unterschiedliche Dinge. Man hat ganz andere Anforderungen und ich finde es spannend, sich da in die neuen Aufgaben reinzudenken. Also egal, welches Projekt man plant, man muss viel vorab abstimmen. Ob es das pädagogische Konzept von der Schule ist, die man umsetzen möchte. Ob es jetzt die Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich der Nachhaltigkeit sind. Oder wie die städtebauliche Umgebung aussieht. Man darf nie vergessen, dass man für den Menschen plant. So, jetzt haben wir genug von mir gehört. Jetzt warten wir auf euch. Am besten sofort und so schnell es geht.